Ja, hallo zusammen. Danke, dass ihr hier seid. Danke an alle, die es hier organisiert haben. Um es nochmal den letzten Mal klar zu machen, es ist keine Veranstaltung des Deutschen Handverbands, auch wenn wir dafür mitgetrommelt haben. Wir haben eine Protest-Mail-Aktion Richtung SPD-Laufen mit dem gleichen Thema, auf das ich gleich nochmal komme. Aber diese Veranstaltung hier hat sich interessant zusammengemorpht aus allen möglichen Einflüssen von Aktivisten unterschiedlicher Gruppen und so weiter, bis wir dann im Prinzip als Gesamtergebnis dieses Gelände hier haben, die Demo haben, das Camp haben und so weiter. Danke an alle, die das gemacht haben. Und auch, wenn wir jetzt hier keine riesige Veranstaltung haben, ihr denkt vielleicht, okay, sind nur so ein paar Leutchen. Viele sind übrigens von weit angereist. Ja, auch großartiges Engagement, super Geschichte. Und mit ein bisschen Glück ist vielleicht das hier, euer Anwesenheit hier, mit der effektivste Demo-Einsatz, der in der Handelszelle jemals stattgefunden hat. Alle Demos, jede E-Mail, die man je irgendwo hingeschickt hat, haben einen Teil dazu beigetragen, die Gesellschaft zu verändern, die Meinung zu verändern und irgendwann die Legalisierung in den Koalitionsvertrag reinzukriegen. Aber es ist eben eine relativ schwer messbare Angelegenheit, ja, was wozu führt und so weiter. Aber hier, heute, geht es um ein ganz, ganz konkretes Problem, das wir haben und das sich mit einzelnen Personen, die dafür zuständig sind, lösen lässt. Wir haben jahrelang gekämpft, jahrzehntelang, bis zu dem Punkt, eine Regierung will legalisieren. Das ist zwei Jahre her. Dann haben wir weitergekämpft. Über alle möglichen Details, die da jetzt drinstehen im Gesetz. Ich will gar nicht darauf eingehen, ob das ein gutes Gesetz ist oder nicht. Ihr wisst alle, die Legalisierung wurde eigentlich aufgegeben, ja, Fachgeschäfte für alle, hat sich erledigt. Trotzdem haben wir jetzt ein Gesetz, was unterm Strich besser ist als vorher. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, auch wenn da Verschlechterungen drinstehen. Einzelne Dinge werden sogar schlechter. Ja, und alles mögliche in dem Gesetz kann man nur sich die Haare raufen und sagen, was für ein Schwachsinn, wie ist das da reingekommen, ja. Kann ja wohl nicht wahr sein. Trotzdem, unterm Strich, ist besser als vorher, wenn das verabschiedet wird, könnten wir hier alle 25 Gramm Gras oder Hasch in der Tasche haben, können hier in Ruhe schönes Smok in machen und so weiter, ja, wäre überhaupt kein Problem. Wir können den Polizisten zeigen, welche Grasorten wir in der Tasche haben. Die würden vielleicht sagen, oh, mag ich, mag ich nicht, ich hab lieber Beziehungsfunks, hey, ist was weiß ich. Ja, aber die würden das Zeug nicht haben wollen. Das ist das, was uns jetzt bevorsteht. Das ist das, was wir im Prinzip erreichen konnten. Ja, unabhängig davon, ob das Ding jetzt irgendwie gut ist oder nicht. Das ist das, was erreichbar war. Das ist das, wo alle Fraktionen der Ampel gesagt haben, wir haben uns inhaltlich darauf geeinigt. Per Pressemitteilung. Es gibt eine Pressemitteilung der SPD, in der steht, gleichlautend mit den anderen Fraktionen, wir haben uns geeinigt. Und es gibt eine Beschlussvorlage, die ausreicht, um sofort dem Bundestag vorzulegen, erst im Gesundheitsausschuss, anderen Ausschüssen, dann im Bundestag, hintereinander weg, erste Lesung, zweite Lesung und dritte Lesung, die Sache ist gegessen. Ja, dann kann der Bundesrat nochmal kurz einen Senf dazugeben, dann unterschreibt Steinmeier und wir könnten hier mit unseren 25 Gramm in der Tasche rumlaufen. Das ist der Punkt, an dem wir bis jetzt gekommen sind. Bis hierher, mit allen Demos, mit allen Mails, mit allem, was wir bisher gemacht haben. Und was kommt? Die SPD sagt auf einmal, wir haben einen Beratungsbedarf. Hallo, was für einen Beratungsbedarf denn, bitteschön. Die haben selber eine Pressemitteilung rausgegeben, wir haben uns geeinigt. Die haben alle schon die Inhalte dieser Einigung rausgehauen. Der zuständige Minister sagt, wir haben uns geeinigt. Und dann kommen irgendwelche Innenpolitiker an, Sebastian Viedler und ein paar andere, die plötzlich sagen, ja, wir haben einen Beratungsbedarf. Wir müssen mal reden jetzt über das Gesetz. Ist doch unglaublich. Deswegen stehen wir hier. Deswegen sind wir hier. Weil die Fraktionskriege auf einmal nicht mehr mitmachen will. Und das hat nichts mit den Fachpolitikern zu tun. Ja, will ich auch nochmal sagen. Bitte kein Bashing auf Wecke und Heidenblut jetzt bei der SPD. Die können wirklich nichts dafür. Die haben so gut in unserem Sinne gehandelt, wie sie konnten. Auch die anderen Parteien, FDP und Grüne. Mit dem Punkt. Ja, ihr könnt die kritisieren für alles Mögliche. Für alle möglichen Quatsch, die die vielleicht reingebracht haben in die ganze Debatte. Aber dafür, dass es jetzt nicht im Dezember verabschiedet wurde, dieses Gesetz. Ein fertig vorliegendes, geeinigtes Gesetz wurde nicht verabschiedet. Dafür können die nichts. Die haben sich beschwert. Mehr oder weniger intensiv. Ja, kann man auch sagen, hätten sich mehr beschweren sollen. Aber die sind nicht das Problem. Auch nicht die SPD-Drogenpolitiker. Das Problem ist die Spitze der SPD-Fraktion, die nicht in der Lage sind, zusammen mit den anderen Spitzen der Ampel-Fraktionen zu sagen, wir packen dann auf die Tagesordnung. Ganz einfach. Dann ist das Letzte, was noch fehlt in dem ganzen Prozess, dass sie das Ding auf die Tagesordnung schreiben und verdammt nochmal verabschieden. Legalisierung jetzt! Dann sagen die Ersten, nee, geht ja nur um die Zeit. Ja, passt gerade nicht. Ja, die Hamas hat Israel angegriffen. Deswegen können wir jetzt das Cannabis-Gesetz nicht verabschieden. Ja, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Okay, ja, wo ist jetzt der Zusammenhang? Dann heißt das, wir haben jetzt die Haushaltsberatungen und eine Krise wegen Urteil, Verfassungsgericht, das ist viel wichtiger. Ja klar, das ist natürlich wichtig, ja, aber wichtiger meinetwegen. Aber wieso soll man deswegen jetzt nicht Cannabis-Gesetz verabschieden? Hat da überhaupt keinen Zusammenhang? Das kostet ja noch nicht mal was. Das ist doch Quatsch. Also, die müssen endlich dieses Scheiß-Gesetz auf die Tagesordnung bringen und drüber abstimmen. Stattdessen sagen die, wir beraten noch. Nach unserer E-Mail-Aktion, die wir gestartet haben, haben sie ein Statement rausgegeben, wir sind auf der Zielgeraden. Ja, super! Was für eine Zielgerade denn? Die Zielgerade ist die scheiß Tagesordnung vom Bundestag und die Verabschiedung, die bevorsteht. Die Zielgerade ist nicht, wir beraten darüber noch irgendwie in der Fraktion. Wir müssen da nochmal drüber reden. Das ist keine Zielgerade, ja? Das ist eine Gefährdung des ganzen Projekts. Wenn die jetzt nochmal das ganze Fass aufmachen wollen, den anderen Parteien sagen, wir müssen doch nochmal reden. Über, was weiß ich, die Mindestabstände müssen doch größer sein oder so, ja? Oder wir müssen die Clubs abschaffen oder so aus dem Gesetz. Ja, warum sollten denn jetzt nach dieser ganzen Einigung, nach dieser ganzen Verhandelei, Grüne und FDP sagen, ja gut, lass doch mal reden. Die haben sich geeinigt, verdammt. Warum sollen die da nochmal das Fass aufmachen? Werden die nicht machen? Warum sollten sie machen? Ja, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Dass die jetzt wegen Sebastian Fiedler im Innenausschuss irgendwann mal sagen, ja nee, wenn der Fiedler das sagt, dann müssen wir das alles nochmal neu verhandeln. Ja, geht's noch? Die Frage ist sowieso, wie lange diese Hampelregion jetzt noch durchhält. Ja, die können jederzeit irgendwie auseinanderfliegen, das war auch zu erwarten. Wir müssen ja auch gar nicht vorwerfen. Drei-Parteien-Koalition ist nicht einfach in Deutschland, schon gar nicht in so Krisenzeiten. Aber dann sollst du bitte schön dieses geeinigte Gesetz jetzt mal raushauen und damit wenigstens uns aus der Kriminalisierung rausnehmen. Der Kampf ist auch danach lang nicht vorbei. Wir werden sofort weitermachen, an dem bestehenden Cannabis-Gesetz irgendwie die Axt anzulegen an den Stellen, die gar nicht gehen. Wir sammeln ja auch gerade wieder Geld in der Weihnachtsspendenaktion genau dafür. Haben uns gedacht, okay, die sind ja jetzt fertig mit dem Cannabis-Gesetz, das kommt jetzt. Müssen wir nicht mehr kämpfen, sondern wir befassen uns mit dem Ergebnis jetzt und machen das besser. Und kämpfen für Säule 2, für Fachgeschäfte und vernünftige Führerscheinregelungen und alles, was noch so übrig ist. Stattdessen machen die das fast wieder auf, kann ja wohl nicht wahr sein. Also, deswegen sind wir hier, deswegen machen wir eine E-Mail-Aktion gerade in dem Vorstand dieser SPD-Fraktion. Deswegen ist diese Demo hier und wir haben gute Chancen. Ja, deswegen sage ich, vielleicht ist das der effektivste Einsatz, den ihr je gemacht habt auf der Demo. Und wir hören nächste Woche von der SPD-Fraktion, ja, alles klar, wir wollen ja gar nicht mehr das große Fass aufmachen. Wir lassen das jetzt so, wie ist das Gesetz und wir schreiben das auf die Tagesordnung. Das ist dann, haben wir das Ziel erreicht, dieser Demo hier, der ganzen Aktionen, die jetzt gerade laufen, ganz einfach, super easy, auch leicht zu erfüllen, ja, von den Adressaten in der SPD-Fraktionsspitze. Ja, können sofort wieder Freunde sein mit uns. Ich habe gestern die DHV-News mit Fragezeichen versehen. Werden Sie uns verraten, die Sozialdemokraten? Die können sagen, nein, wir machen damit den Besitz. Ja, wunderbar, danke SPD. Ja, alles schön. Aber wenn Sie das nicht machen, dann weiß ich wirklich auch nicht, was dann los ist. Ja, manche Leute drohen ja dann ganz fürchterlich, ja, was dann passiert, was weiß ich. Irgendwie einen Blustag sprengen oder was, ja, das ist natürlich auch Quatsch. Mensch, aber ich weiß nicht, wie ich den Leuten dann nur erzählen soll, dass das ganz ein demokratischer Prozess ist und das halt irgendwie schon alles irgendwie seine Richtigkeit hat oder irgendwie nachvollziehbar und verständlich ist, ja. Ich habe schon ziemlich viel Verständnis dafür, für die Schwierigkeiten, die so Politiker haben, so etwas irgendwie auf die Reihe zu kriegen, ja. Aber dafür jetzt habe ich überhaupt kein Verständnis. Also, ich glaube, es reicht jetzt, ihr habt verstanden, was ihr euch sagen wollt, ja. Und ihr habt verstanden, was wir denen sagen wollen. Eigentlich alles klar auf die Tagesordnung mit dem Klamentsgesetz. Verabschieden, fertig, aus. Ja, bitteschön. Ja, alle haben es eigentlich verstanden, außer die Union und die Parteispitze der SPD. Das ist schade. Und deswegen können wir vielleicht auch nochmal was dazu beitragen.